Wovon hast du den Antrieb genommen? Der sieht nämlich ähnlich aus wie NH-Power, was ich da oben bei mir dran habe. Das ist eine originale Nordenkupplung, aber mit diesem Weltreif-Gehäuse und das ist selber gebaut, mit so einem Zerstärkungsgehäuse. Das ist eigentlich alles... Was ist mit TÜV? TÜV ist mir scheißegal, das Motorrad fährt auch ohne TÜV. Überall? Immer. Immer? Ja. Dann brauchen wir keinen TÜV. Nein, TÜV ist nicht so wichtig. Ich suche eine Rennmaschine.